Hallo, herzlich willkommen zu einer spontanen Runde Broforce und wir spielen Nr. 6 Bedrohungsmetall Rubin. Unbestätigte Berichte von Laura und Los geht's. Unser Heli bringt uns wieder hin, wir steigen wieder aus dem Truck aus wie jedes Mal, ist mega komisch. Wir sind jetzt wieder hier ewig, komm jetzt, los, ich will spielen, ich will durchrushen. Na los, na los, na los, na los, na los. Okay, ich bin ein, ich bin bald irgendwie so Freaks und dann steht einer, sagt er sagt, okay, scheiße. Waaah, jeehaaa, noch mal von vorne probieren. Okay, dann haben wir noch von vorne an. Und dann, sag, geht's. Robocop, Robocop. Okay, Robocop ist doch. Ellen, repro, repro. Was geht's? Raja. Geh, geh, gehn, 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 gehn. Geez, gehn, 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 gehn. Hey, kolej Another! Boah, foah, foah, foah. Du, 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 droah, foalf. Fah, boah, foah, boah. Okay, gueih, r plastic zaggerecht. Du kannst überhaupt alles wiederbremsen neuniden. صحيح غل غلnty غلط Und das ist der Helie, und.. Ok Leute, das sist es schon... Wenn ihr euch gefallen habt, gebt mir einen Daumen gegen einen hassen Kommentar Bis zum nächsten Mal, Tschau!